Schlafe nicht in Richtung Norden und Süden, denn diese Veränderungen sind nicht gerade gut für dich. Bist knapp über den Knöchel, stecke deine Füße hinein, bedecke sie und sitze dort für 30 bis 40 Minuten. Wenn du das tust, werden man denjenigen von euch, die unter Allergien leiden, diese einfach verschwinden. Falls du dir dessen nicht bewusst bist, wir leben auf einem Magneten. Der Planet ist ein Magnet, weißt du? Er hat einen Nordpol und einen Südpol. Und wir leben auf einem Magneten. Aber jemand verkauft dir einen kleinen Magneten, den du an deinem Handgelenk tragen kannst, und er wird dein Leben verändern. Ich sage, du lebst auf diesem Magneten, warum brauchst du noch einen? Das ist ein Magnet, der groß genug ist, und er hat genug Einfluss. Und der Körper, den du trägst, ist ein Teil dieses Magneten, und er ist selbst ein Magnet. Nun, viele Menschen funktionieren vielleicht nicht wie ein Magnet. Sie sind vielleicht entgegengesetzte Pole mit allen anderen um sie herum. Oder gleiche Pole und stoßen alles eher ab. Kommerzielle Kräfte behaupten also vieles. Wenn du ein Magnet an deinem Körper trägst, zeigt er dir vielleicht einige Veränderungen in den Parametern deiner physiologischen Phänomene an. Aber das bedeutet nichts. Wenn du dich neben einen elektrischen Transmitter stellst, kannst du Veränderungen in deinem Körper messen. Wenn du dich neben einen Baum stellst, kannst du tatsächlich Veränderungen in deiner Physiologie messen. Wenn du aufstehst, funktionieren dein Körper und die physiologischen Parameter auf eine Weise. Wenn du dich einfach auf die Erde legst, geschieht es auf eine andere Weise. In diesem Wissen haben wir dir nur gesagt, dass du nicht in Richtung Norden und Süden schlafen sollst, denn diese Veränderungen sind nicht gerade gut für dich. Sollte ich also einen Magneten tragen? Nicht notwendigerweise. Es kann einige Veränderungen bewirken. Verstehe die menschliche Physiologie nicht auf eine so simple Art und Weise. Oh, der Blutdruck ist auf fünf Punkte gesunken. Demnach geht es mir besser. So funktioniert die menschliche Physiologie nicht. Sie ist viel komplexer als das. Ich würde sagen, es gibt tantrische Praktiken, mit denen wir dich gut in Einklang mit dem Teil der Welt bringen können, in dem du lebst. Diese Dinge können getan werden. Aber das wäre wiederum relevant, als es Zeiten gab, in denen sich Menschen nie weiter als vielleicht 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernten, weil die Menschen nur zu Fuß gingen. Sie haben sich nie sehr weit von ihrem Ort entfernt, so dass der Körper damals ganz natürlich auf dem Planeten ausgerichtet war, auf eine bestimmte Weise, je nachdem, an welchen Koordinaten man sich befand. Aber heute fliegen wir alle herum, hierhin, dorthin. Wenn ich dich hier in Villangiri ganz auf 11 Grad ausrichte und du morgen früh an einen anderen Ort fliegst, einen anderen Ort, dann musst du das wissen und die Fähigkeiten haben, deinen Körper neu auszurichten, sonst wird der Körper auf so viele verschiedene Arten durcheinander kommen. Ich würde daher sagen, wenn du dich mehr mit dem großen Magneten involvierst, auf dem wir alle leben und aus dem wir alle gemacht sind, wird er das viel mehr Nutzen bringen, als winzige Magnete an deinem Handgelenk zu tragen, von denen du am Ende vielleicht nur Eisenspäne bekommst. Was du also morgens tun kannst, nachdem du dein Shambhavi beendet hast, grab ein Loch in deinem Garten, nicht groß genug für dich, nur 60 Zentimeter und bis knapp über deinen Knöcheln, stecke deine Füße hinein und schließe es und sitze dort 30 bis 40 Minuten einfach fest in der Erde. Dein Körper wird sich auf den größeren Magneten ausrichten und und du musst keine Magnete an deinen Handgelenken oder Knöcheln tragen. Anstatt die Magneten zu kaufen, kannst du ein 60 Zentimeter tiefes Loch graben, deine Füße hineinstellen und es schließen. Dein System wird sich sehr gut auf den größeren Magneten ausrichten und es sind viele Dinge damit verbunden. Viele, viele Dinge. Du hast von indischen Yogis gehört, die bis hierher zum Hals eingegraben werden. Das ist, was ich vorschlagen wollte, aber ich weiß, dass du das nicht tun wirst. Also nur die Füße eingraben. Wenn es für dich wirklich funktioniert, dann kannst du es bis zu deinem Hals versuchen. Das funktioniert sehr gut. Ansonsten versuchen die Leute einen einfacheren, kosmetischen Ansatz. Sie nehmen ein Schlammbad. Sie sollten in der Erde eingegraben werden. Aber die verwässerte Version davon, bis zum Hals eingegraben zu werden, ist ein Schlammbad. Du kannst alles ausprobieren, aber mit den Füßen ist das leicht zu machen. Wenn du das tust, wirst du zumindest in Bezug auf deine Gesundheit sehen. Du wirst feststellen, dass diejenigen von euch, die unter Allergien leiden, Allergie bedeutet, dass du irgendwie diesen Planeten nicht magst. Etwas in dir ist nicht in Übereinstimmung mit dem, was das Leben hier ist, dem lebensschaffenden Material auf diesem Planeten. Du wirst ein wenig zu einem Alien. Das ist, was eine Allergie bedeutet. Auf eine sehr grundlegende Weise. Wenn du dich also auf die Wege des Planeten einstellst, wird es einfach verschwinden. Probiere daher die Füße. Wenn es funktioniert, geh noch ein bisschen tiefer. Es wird funktionieren. 都是 Abm Groen. Das ist, was das Leben ansehen. Alles Abm compost. Was Uhr gar nicht hier? Alles Abm 당신. Das Angebote ist keinое, alles Abmüt. Alles Abmucha nämlich. Untertitelung des ZDF, 2020